Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich aus der Alten Pinnakothek in München und freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben schon vor zwei Jahren über Rubens gesprochen. Heute greifen wir das Thema nochmal auf und zwar betrachten wir etwas, was viele Besucher unseres Hauses wahrscheinlich in diesen überwältigenden Sälen leicht mal übersehen, nämlich einen besonderen Schatz, die Medici's Ölskizzen, die wir in einem eigenen Kabinett präsentieren. Bevor wir aber dazu kommen, sprechen wir erstmal über den Künstler selbst und zwar über das berühmte Porträt von Peter Paul Rubens mit seiner Frau Isabella Brandt in der Geistblattlaube, das Sie im großen Rubenssaal finden. Und das Interessante ist, was dieses Porträt uns erzählt, wir sehen einen Künstler in ganzer Figur neben seiner Frau in ganz offensichtlich sehr modischen, sehr teuren Kleidern vor der berühmten Geistblattlaube, auf deren Bedeutungsgehalt ich heute aber gar nicht eingehen möchte, sondern eher darauf, wie sich dieser Künstler selber darstellt. Das Porträt entsteht 1619, also am Anfang der Karriere dieses großen Malerfürsten. Und das, was uns sicherlich als erstes erstaunt, ist neben dem großen Format auch, dass wir überhaupt keinen Hinweis darauf sehen, welcher Profession dieser Mann eigentlich nachgeht. Wir sehen keine Staffelei, wir sehen keinen Pinsel, keine Palette, sondern einen Mann, der in der Landschaft sitzt, den Betrachter direkt anschaut. Und das ist ein ganz wesentliches Moment, denn Rubens zeigt damit, dass er jemand ist, der vor allen Dingen mit dem Kopf arbeitet, also nicht mit den Händen, sondern mit dem Kopf, mit seiner Intelligenz, mit seiner Bildung. Und dieses Porträt führt uns genau dieses auch vor, denn seine Frau, die er geheiratet hat, stammt wie er aus dem städtischen Patriziat Antwerpens, auch aus einer Familie, wo Bildung einen ganz hohen Stellenwert hatte. Man las Literatur der Antike, unterhielt sich über die mythologischen Themen und schuf sich so ein breites Reservoir, aus dem man thematisch schöpfen konnte. Und gerade Rubens hat das sehr intensiv gemacht und ist damit wirklich zu dem berufenden Maler für viele Fürsten seiner Zeit geworden, komplizierte Bildinhalte, komplexe historische Entwicklungen ins Bild zu fassen, in seine berühmten großen Formate. Und genau das erfolgte mit dem Medici-Zyklus. Und außerdem muss man auch auf dieses große Format nochmal einen ganz kurzen Blick richten, denn das ist eine alte Bildformel, die ursprünglich für Fürstenporträts vorgesehen war. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts entwickelt sich das, ist aber zunächst mal wirklich für die Aristokraten vorgesehen, zu denen Rubens zu diesem Zeitpunkt zumindest noch nicht gehört hat. Das heißt, Rubens tritt hier sehr stolz, sehr selbstbewusst auf und in gewisser Weise auch fast schon auf Augenhöhe mit seinen Auftraggebern. Einer seiner Auftraggeberinnen ist Maria de' Medici, um die es am heutigen Abend gehen wird. Maria de' Medici ist eine Medicärin, stammt also aus der berühmten florentinischen Familie Medici. Sie heiratet den französischen König Heinrich IV. von Frankreich im Jahr 1600. Die Hintergründe zu dieser Eheschließung werden wir gleich noch beleuchten. Aber es ist eine Eheschließung, die tatsächlich eben Geld mit Macht zusammenbringt. Aus dieser Verbindung geht der Dauphin hervor, der spätere König Ludwig XIII., der 1601 geboren ist. Und zwischen diesen beiden entspannt sich eine durchaus schwierige Beziehung, die Thema und Hintergrund dieses Zyklus ist, den wir heute betrachten werden. Rubens bekam den Auftrag im Februar 1622. Er sollte 24 Gemälde malen, überwiegend Hochformate, aber auch drei Querformate. Dieser ganze Zyklus war bestimmt für die Residenz der Königin, für Maria de' Medici. Und zwar das berühmte Palais du Luson-Bourg, das Sie als Paris-Touristen sicherlich alle kennen mit seinem wunderbaren Park, wo man auch kurz mal ausspannen kann, wenn man einen langen, anstrengenden Besichtigungstag in dieser Stadt verbracht hat. Sie sehen gleich einen historischen Stadtplan von 1738. Und dort ist markiert das Palais du Luson-Bourg. Sie sehen, dass die Parkseite die eine Seite ist, aber eigentlich öffnet sich das Schloss zur Stadt hin, nach Paris hin. Und auf der nächsten Folie sehen Sie tatsächlich die Situation mit dem Ehrenhof, dem Gartenflügel und vorne der Ehrenhof, der von zwei weiteren Flügeln flankiert wird. Und der rechte Flügel, jetzt von der Stadt aus gesehen, der westliche Flügel, der ist der Ort, für den dieser große Gemäldezyklus von Rubens zum Leben der Maria de' Medici bestimmt gewesen ist. In der nächsten Folie sehen Sie dann einen Grundriss, der Ihnen etwas mehr vermittelt, wie dieser Bau ganz symmetrisch aufgebaut ist, wieder mit dem Gartenflügel und dann hier auf der Abbildung nach unten weisend die langen Flügel, wo eben die Gemälde untergebracht waren und vorne als Abschluss zum Hof eben eine Portalanlage. Das ist also sozusagen die räumliche Situation, die wir uns vorstellen können. Heute wird dieser Zyklus nicht mehr im Palais du Luson-Bourg aufbewahrt, sondern im Louvre. Ihm ist ein eigener Saal gewidmet, war es immer schon jetzt in dem neuen Richelieu-Flügel, der mittlerweile ja auch schon einige Jahrzehnte besteht, wunderbar dargestellt. Und Sie sehen die Stirnwand da, wo der Zyklus beginnt. Das ist in der Folie mit einem roten Kreis markiert. Dort war sozusagen die Eingangswand und im Louvre ist das heute alles auf einer Wand zusammengefasst. Sie sehen in der Mitte Maria de' Medici als Belohner. Das ist die weise Kriegsführerin und sie hat sich tatsächlich weniger in äußeren Schlachten als in inneren Schlachten bewegt und flankiert wird sie von ihren Eltern. Auf der linken Seite Johanna von Österreich, eine Habsburgerin und auf der rechten Seite ihr Vater Francisco de Medici. Und dann sehen Sie rechts, Entschuldigung, links die Apotheose der Maria de' Medici. Sie sehen also schon praktisch das Endbild. Und wir gehen jetzt weiter mit dem rechten Bild. Das ist nämlich das Spinnen des Lebensfadens durch die Papzen, also der ideale Auftakt zu einem Zyklus, der dann passend auch mit der Geburt der Maria de' Medici beginnt. Wir sehen auf der linken Seite das ausgeführte Gemälde von Rubens im Louvre. Maria de' Medici wird von der Verkörperung der Stadt Florenz, also ihrem Geburtsort gehalten. Sie sehen, dass man wirklich mit großer Freude der Ankunft der Prinzessin entgegenblickt. Und daneben sehen Sie eine kleinere Abbildung und vielleicht für diejenigen von Ihnen, die ganz scharf und genau hingucken werden, auch sehen, dass das qualitativ nicht ganz mithalten kann. Das ist eine Kopie dieses Bildnisses im ganz kleinem Format, nämlich im Format unserer Ölskizzen, die im 18. Jahrhundert aus Sammlungspräsentationsgründen angefertigt wurde. Was es damit genau auf Sicht hat, werde ich Ihnen am Ende der Führung erzählen. Jetzt wenden wir uns zur ersten Ölskizze zu, die wir in unserem Bestand haben. Und zwar sehen wir als erstes die Erziehung der Prinzessin, die Erziehung von Maria de' Medici, eine allegorische Darstellung. Wir sehen die kleine Prinzessin tatsächlich als kleines Mädchen, die sich neben Minerva stellt. Minerva, die Göttin der Klugheit, der Weisheit. Wir sehen ein aufgeschlagenes Buch, also intensive Studien. Wir haben Orpheus, der dabei sein Instrument spielt. Das ist natürlich ein Hinweis. Bei Musik geht es immer um Harmonie. Außerdem stehen sozusagen beschützend hinter der kleinen Prinzessin die drei Grazien, die Schönheit und Anmut mitbringen, also auch die guten Gaben und die Festesfreude, die einer zukünftigen Königin angemessen sind. Und von oben herab schwebt Merkur mit dem Kaducheus. Und das ist ein Zeichen für Eloquenz, denn das ist ja auch ein ganz wichtiges Moment. Wenn man eine Führungspersönlichkeit ist, sollte man über die Redegabe verfügen. Und die kommt Maria de' Medici ganz offensichtlich zuteil. Und der Fürstenerziehung entsprechend geht es eben nicht nur um die herrschaftlichen Gaben, nämlich eben Wissenserwerb und eben die Möglichkeit, darüber zu sprechen, sondern eben auch sich mit den schönen Künsten befassen zu können. Und Sie sehen im Vordergrund des Bildes Musikinstrumente, Zirkel, also alle Hinweise auf die schönen Künste eines Skulpturs auch zu sehen. Das heißt also, die Prinzessin, die Königin präsentiert sich in diesem Bild tatsächlich als eine Person, die eine angemessene Fürstenerziehung erfährt. Und tatsächlich kommt es, wie schon erwähnt, zu der Eheschließung mit Heinrich IV., die im Zyklus mit zwei Bildern sozusagen gewürdigt wird. Es ist zum einen der Moment des Erkennens, des sich Begegnens, auch wenn das nicht in Personam sozusagen stattfindet. Ein weiteres Bild, zu dem wir keine Ölskizze haben, zeigt dann die eigentliche Vermählung, die in Lyon stattfindet. Aber wir wenden uns jetzt erst mal dem Moment der ersten Begegnung zu, die nun eigentlich gar nichts Romantisches hat. Denn Maria de' Medici ist im Bild tatsächlich nur in Form eines gemalten Porträts anwesend. Aber man sieht, der Funke der Liebe entspringt sofort, denn Heinrich IV., der in voller Rüstung im Vordergrund steht, breitet die Arme in einer Geste der freudigen Überraschung aus. Das heißt, er ist direkt von der Schönheit Maria de' Medici betört und begeistert davon. Und Sie sehen, dass Franz ja neben ihm steht und ihm richtig zuspricht, also dass er die richtige Wahl getroffen hat, auf dem richtigen Weg ist. Und Sie sehen, dass das Ganze auch unter dem Obhut oder unter dem Blick der obersten Götter stattfindet. Denn oben halten sich Jupiter und Juno liebevoll die Hände, was keineswegs üblich ist. Denn Sie alle kennen Jupiter ja als den notorischen Ehebrecher, weil er 100.000 Liebschaften mit allen möglichen hat. Hier ist er aber ganz in seiner Funktion als Ehemann zu sehen und gleichzeitig natürlich auch als Göttervater. Das heißt, diese Eheschließung steht unter einem guten Stern. Und die überwältigende Macht der Liebe zeigen zwei Putti, die im Vordergrund mit Kriegsgerät spielen. Also all das ist ein sehr schönes Bild, was vermittelt, dass dieser Bund tatsächlich amoröser Natur ist oder zumindest amorös motiviert ist. Die Wirklichkeit sieht nicht ganz so schön aus. Denn wenn Sie den Namen Medici hören und Florenz kennen, wissen Sie, dass Florenz tatsächlich ein Ort ist, wo eben sich viel Geld ansammelt. Maria de' Medici stammt aus einer Bankiersfamilie, hatte viel, viel Geld. Und Heinrich IV., der sozusagen das Erbe der Valois antritt, der Dynastie der Valois. Heinrich IV. muss ein ziemlich von Huguenotten kriegen, verwüstetes Land wieder aufbauen, braucht also viel Geld. Das ist also der rein pekuniäre Hintergrund dieser Eheschließung. Jetzt gehen wir tatsächlich kurz nach Florenz. Und ich wandere hier durch das Medici-Kabinett auf die andere Seite, wo die Ölskizze mit der Vermählung zu sehen ist. Und diese Vermählung, die Sie sehen hier auf dieser Ölskizze, zeigt tatsächlich das Ereignis mit vielen versammelten Persönlichkeiten, aber ohne den König. Und das ist historisch sogar verbirgt. Denn Heinrich IV. war tatsächlich nicht in Florenz anwesend, sondern hat sich vertreten lassen. Das ist eine damals gar nicht so seltene Form der Eheschließung. Eheschließung, also in Prokurationen nennt man das, in Stellvertretung. Und die Stellvertretung übernahm der herrschende Herzog der Medici. Das ist nämlich Ferdinando Primo de Medici, der Fürst, der der Ehefrau Maria de Medici eben gerade den Ring Heinrichs IV. ihres Ehemannes ansteckt. Wir sehen in der Mitte den Kardinal Aldo Brandini, der die Eheschließung im Florentiner Dom vornimmt. Wenn wir uns die Innenansichten des Domes anschauen, es gibt ja, also Sie kennen es sicherlich als Florenztourist, das Innere des Domes zeigt tatsächlich eine gotische Architektur, von der ist hier eigentlich gar nichts zu sehen. Was aber tatsächlich relativ genau der Wirklichkeit entspricht, ist die Skulptur, die Sie oberhalb der Figurengruppe auf dem Altar sehen. Das ist eine Skulptur von Baccio Bandinelli. Das zeigt die Not Gottes. Das ist ein Skulpturentypus. Das zeigt Gott Vater mit dem toten Christus. Das heißt, das Ganze hat auch einen eucharistischen Gehalt, wie es ja zum Altar, wo die Messe, die Eucharistie gefeiert wird, auch zukommt. Hier in diesem speziellen Kontext geht es wieder um die Liebe, denn der Tod des Gottessohns, der Tod Jesus Christus ist ja ein Opfer, das aus Liebe den Menschen gegenüber gebracht wird, um die Schuld, die die Ureltern, also Adam und Eva, auf die Menschheit gebracht haben, indem sie in den falschen Apfel gebissen haben, sozusagen um das zu erlösen. Das heißt also, das Thema der Liebe ist allgegenwärtig. Was diese Skizzen ganz besonders begeisternd macht, ist natürlich, dass wir den Entstehungs- und Entwicklungsprozess verfolgen können. Beispielsweise finden wir manchmal in den Öl-Skizzen, manche sind relativ nah am späteren Ausführungsstatus, andere sind aber eher sozusagen ein Teil eines Prozesses. Und wenn wir uns das ausgeführte Bild im Louvre anschauen, da sehen wir, dass tatsächlich noch mal eine ganz wichtige Änderung vorgenommen ist. Ich habe sie in der Folie mit einem gelben Pfeil markiert, denn Sie sehen dort Peter Paul Rubens als Anwesenden bei dieser Trauung. Das heißt also, der Maler war damals da im Jahr 1600, also lange, lange Zeit, 22 Jahre, bevor er später diesen Auftrag bekommt. Und ich bin mir gar nicht sicher und es ist sicherlich sehr unwahrscheinlich, dass Rubens tatsächlich, der damals als Abgesandter des Mantuanerhofs, er war damals in Italien, anwesend war bei der Zeremonie, aber sehr unwahrscheinlich, dass er so dicht dran war, wie es später in dem Pariser Bild zu sehen ist. Aber das ist natürlich trotzdem ganz wichtig, denn Rubens zeigt durch die Einfügung seines Selbstporträts auf, dass er Zeuge ist, dass diese Eheschließung tatsächlich stattgefunden hat. Und er als Maler dieses Zyklus steht damit sozusagen richtig hinter diesem Ehebund. Ich sprach schon an, dass es auch teilweise mehrere Ölskizzen gibt, in denen verschiedene Dinge ausprobiert werden. Und wir haben glücklicherweise in der alten Pinnakothek auch noch eine zweite Skizze zu dieser Hochzeitszene, das ist das richtige Wort. Das ist ein sehr ähnlicher Entwurf, aber durchaus auch mit Abweichung. Besucher in unserer Galerie haben etwas Mühe, sich das anzuschauen, weil die nicht als Hochformat, wie sie dargestellt ist, gezeigt wird, sondern als Querformat. Und dafür gibt es einen bestimmten Grund. Wir sehen nämlich die Löwenjagdskizze in der Perspektive zum ausgeführten Gemälde. Und deswegen muss das sozusagen im Querformat sein. Und während ich mit Ihnen spreche, gehe ich jetzt schon zur nächsten Skizze. Also wir haben praktisch jetzt wieder den Weg zurückgelegt von Florenz nach Marseille, dem großen Mittelmeerhafen, wo Maria de' Medici ankommt nach ihrer langen Reise. Und wir sehen eine wunderbare, farbenfrohe, fröhliche Szene, die eben davon erzählt, wie Maria de' Medici ankommt. Wir sehen eine Barke. Oben ist ein großes Wappen zu erkennen mit den berühmten sechs Kugeln, die auf das Medicea-Wappen verweisen. Und wir sehen, alle sind absolut außer Rand und Band. Es ist geradezu eine euphorische Szene. Denn Maria de' Medici, die durch ihr weißes Gewand hier ausgezeichnet ist, wird tatsächlich von der Verkörperung Frankreichs der Franzier empfangen, die vor ihr in die Knie geht. Und die Darstellungsform, die wir in diesem Bild sehen, ist die sogenannte Entrée Solenelle. Das heißt, der Besuch des Fürsten, der Einzug des Fürsten in die Stadt. Und die Stadt Marseille, die Marsilie, sehen Sie ebenfalls am rechten Bildrand hinter der Verkörperung Franzias. Franzias ist übrigens eine durchgehende Figur im Zyklus. Sie taucht immer wieder auf, ist an ihrem Helm und an ihrem blauen, mit Lilien geschmückten Mantel immer ganz gut zu erkennen. Und hier ist eben auch noch Marsilie beigegeben, um darauf hinzuweisen, dass Maria de' Medici eben gerade in Marseille angekommen ist. Im späteren Bild gibt es noch eine Veränderung, denn vielleicht fällt Ihnen auch auf, dass man trotz des weißen Kleides in diesem ganzen Getümmel Maria de' Medici nicht so ganz so gut erkennen kann. Das Boot wird nämlich dann an den linken Bildrand gerückt und Maria steht dann isoliert. Das heißt, sie ist als Hauptperson im ausgeführten Gemälde ganz klar zu erkennen. Unten in dieser wunderbaren Szene im ausgeführten Bild sehen Sie das auch mit den Meerjungfrauen und den Meeresgöttern. Das ist absolut beliebt gewesen. Es gibt unglaublich viele Kopien, unter anderem von Delacroix nach genau diesem Moment. Und es ist ja auch geradezu hinreißend, wenn wir die fröhlichen, positiven Mächte sehen. Ich sehe schon, dass wir jetzt beim nächsten Bild sind, nämlich der Übergabe der Regentschaft. Das ist ein weiteres ganz wichtiges Thema, was hier ins Bild kommt. Wir haben eine Stufe übersprungen. Dafür haben wir keine Ölskizze. Das ist die Geburt des Dauphin. Aber das ist hier sozusagen der Moment, wo es in der Galerie Medici im Palais de Lusombo für den Besucher damals, Sie müssen sich vorstellen, das ist Teil des höfischen Zeremonielles. Der Besucher hatte diesen langen Gang und schritt diese Bilder ab, um sich sozusagen auf den Besuch bei der Königin vorzubereiten. Und die Übergabe der Regentschaft setzt sozusagen ein Zeichen. Denn es ging darum, eine bestimmte Position, eine bestimmte politische Haltung der Königin zu legitimieren. Denn Heinrich IV. kommt bei einem Attentat um, 1610. Vorher hat er Maria de Medici, weil er eigentlich im Aufbruch zu einem großen Feldzug gewesen ist. Die Regentschaft übergeben hat das sogar noch bestärken lassen, indem er sie später dann hat krönen lassen. Das heißt also, diese Übergabe der Regentschaft in Stellvertretung für den minderjährigen Dauphin ist ein ganz, ganz wesentliches Moment, in dem wir uns gerade hier befinden. Und tatsächlich sehen wir im Detail, dass sich das um diese Hauptfigurengruppe konzentriert. Wir sehen die beiden Eltern, den König links und Maria de Medici rechts. In der Mitte der kleine Sohn Ludwig, der spätere Ludwig XIII., direkt unter einer Weltkugel, eine Art Reichsapfel, der gerade von der Hand des Königs in die Hand Maria de Medicis wandert. Und wir sehen diesen Blick, mit dem der Sohn seine Mutter anschaut, womit vermittelt wird, dass diese Übergabe ganz in seinem Sinne ist. Und so wird das Ganze hier auch verkauft. Es geht nämlich um Kontinuität der Regentschaft, auch in schwierigen Zeiten. Und für den minderjährigen Dauphin ist Maria de Medici der Garant, dass sozusagen diese Herrschaftskontinuität bleibt. Ein ganz kleines Detail am Rande. Die Architektur, die hier stattfindet, finden Sie nicht in Paris, sondern das ist tatsächlich in Antwerpen zu sehen. Denn der Portikus hinten findet sich als Teil der Architektur des Rubenshauses und er schließt hier die Szene ab. Ich habe schon darüber gesprochen, dass Heinrich IV. diese Übergabe der Regentschaft auch noch dadurch verstärkt hat und gefestigt hat, indem er seine Frau zur Königin krönen ließ in Saint-Denis im Krönungsdom. Und wir sehen das hier oben in dieser Ölskizze. Und das ist sozusagen schon am Ende dieser Galerie. Dort finden sich sozusagen um das Ende der Galerie drei Querformate, in denen Schlüsselszenen erzählt werden. Denn jetzt ist sozusagen der Wechsel von den mütterlichen Pflichten der Mutter, die den Dauphin geboren hat, den Thronerben, also damit für den Fortbestand der Dynastie gesorgt hat, die den Sohn aufgezogen hat. Wechseln wir jetzt in den Bereich der Machtsphäre. Denn jetzt wird Maria zur Königin sozusagen im Wunsch des Königs, der tatsächlich im ausgeführten Gemälde im Louvre, das wir jetzt in der nächsten Folie sehen, auch anwesend ist, nämlich in der Loge genau oberhalb der Königin. Wir sehen also, dass das Ganze in der Anwesenheit des Königs stattfindet. Ich habe ihn auch mit einem gelben Pfeil bezeichnet. Und Sie sehen ebenso mit einem gelben Pfeil bezeichnet Marguerite de Valois. Das ist die erste Ehefrau von Heinrich IV. gewesen. Die Ehe wurde geschieden, sogar mit dem Segen der katholischen Kirche, weil die Ehe kinderlos blieb. Und dieses dynastische Moment ist ja ein ganz wesentliches. Und dadurch, dass eben die Erbin der alten Dynastie hier im Saal anwesend ist und auch noch die gesamte andere Königsfamilie, die anderen Königskinder, wird wirklich der Kern der royalen Familie gezeigt. Wir haben ja noch gar nicht so lange her im Mai die Krönung von Karl I. erlebt. Und hier sehen Sie Karl III. Es ist nicht Karl I. Karl I. ist Rubens Zeit. Nein, Karl I. Charles III. Und dieses Mysterium der Krönung, das wird hier eben auch dargestellt. Es wird bezeugt vor den Augen der Familie und der wichtigsten Angehörigen des Hofes, dass hier eine Machtübergabe stattgefunden hat. Interessant ist hier der Wechsel auch von der Ölskizze zum ausgeführten Gemälde. In einem ganz wesentlichen Detail in der Münchner Ölskizze sehen Sie nämlich, was eigentlich ein guter Gedanke war, dass der Dauphin zur Krone greift, die Maria de Medici gerade auf den Kopf gesetzt wird. Und das hat man aber dann tatsächlich in der ausgeführten Version dann gelassen, denn vor dem Hintergrund der Querelen zwischen Mutter und Sohn um die Macht war natürlich der Griff zur Krone die falsche Geste. Deswegen im ausgeführten Gemälde sehen Sie schon, dass der Thronerbe zwar neben seiner Mutter steht, aber ganzartig nur an ihren Krönungsmantel fasst, um sozusagen sie zur Macht hinzuziehen. Aber das ist natürlich eine weniger starke Geste als der direkte Griff zur Krone. Nach der Krönung passiert das Unglück. Heinrich IV. geht nicht auf die Reise, geht nicht auf den Feldzug, denn er wird im Mai 1610 in Paris ermordet. Er wird von einem Fanatiker, von François de Ravaillac, erstochen. Und dieser Moment ist natürlich eine Schlüsselszene. Deswegen ist die nächste Szene, die wir sehen, auch wieder ein Querformat, auch hier in München in der alten Pinnakothek in der oberen Reihe präsentiert. Deswegen ist das sozusagen der Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Zyklus. Denn Maria de Medici wollte natürlich sozusagen hier den Besucher vorbereiten darauf, dass er jetzt sozusagen die Übernahme der Macht und die Legitimation ihrer Macht sieht, in einem ganz entscheidenden Moment. Deswegen ist diese Szene, die am Ende der Achse ist, also da, wo der Besucher sozusagen am Ende des Ganges angekommen ist und sich umdreht und wieder zurückgeht, da ist diese zweigeteilte Szene zu sehen. In der linken Bildhälfte sehen wir die Apotheose des verstorbenen Königs. Sie sehen, dass er unter anderem von Jupiter nach oben geführt wird, unterstützt von Kronos, dem Gott der Zeit, der zu seiner Seite immer eine Sichel trägt, weil die Zeit zerstört ja auch vieles. Und hier hat sie wirklich eine Königskarriere zerstört. Wir sehen Trauernde, die Viktoria und eine Belohner, die eben entsetzt sind über dieses fürchterliche Ereignis, was da stattgefunden hat. Und die rechte Bildhälfte, die ist dann tatsächlich der Übergabe der Regentschaft gewidmet. Und wir sehen, dass da wirklich alles im Bild auf die Königin zudrängt. Und wenn wir uns das im Detail anschauen, da sehen wir noch mehr, wie sich Maria de Medici hier an diesem Punkt inszeniert. Sie sehen sie als Witwe im Witwengewand, still auf einem Stuhl auf dem Thron sitzend. Und ihre ganze Geste ist nicht ich. Also man sieht richtig, dass sie eigentlich diese Macht gar nicht will. Die wird ihr angetragen von allen guten Kräften. Wieder sehen sie Franz ja auf den Stufen, die kniet und die Weltkugel ihr zureicht, das Herrschaftssymbol. Von oben schwebt ein Genius herein mit einem Ruder. Das ist das Staatsruder, das Maria de Medici jetzt in die Hand bekommt. Und wir sehen, dass eine Frau links neben ihr ihr gut zuredet, auf die Weltkugel verweist. Das ist Prudencia. Das ist die kluge Einsicht. Und von der Seite, also vom Bildrand, kommt Minerva, die Göttin der Weisheit, herbei und spricht Maria de Medici ebenso gut zu, dass sie ja die Macht übernimmt. Das ist also wirklich ein Moment, wo es darum geht zu zeigen, diese Macht hat diese Frau nicht an sich gerissen, sondern sie wird ihr wirklich zugetragen. Das ist ein ganz entscheidender Moment, der nebenbei bemerkt mit der Wirklichkeit nicht allzu viel zu tun hat. Aber Maria de Medici hat Rubens ja engagiert, um diese sozusagen ihre Position zu legitimieren und eben auch ihre Ansprüche zu unterstreichen, warum die vollkommen berechtigt sind. Denn sie handelt immer im Wohle des Volkes, im Wohle des Staates. Und genau das wird hier eben tatsächlich auch dargestellt. Zu ihren Füßen sehen sie mehrere Aristokraten, sozusagen als Stellvertreter. Die Aristokraten sind tatsächlich die Partei, auf die sich Maria de Medici stützt. Und wir werden gleich noch darauf eingehen, warum und wieso. Denn das widerspricht eigentlich den Ideen ihres verstorbenen Mannes, in dessen Sinne sie ja scheinbar, so vermittelt es der von Rubens gemalte Zyklus, handelt. Die nächste Szene, die der Betrachter sieht, bewegt sich dann sozusagen schon mal mit einer Drehung wieder in Richtung der Tiefe der Galerie. Das ist der sogenannte Götterrat. Das ist das letzte Querformat, das wir sehen. Ich glaube, dazu gibt es auch gleich eine Folie. Der Götterrat ist tatsächlich sozusagen die Bekräftigung dessen, was wir eben schon gesehen haben. Das heißt, es ist nicht nur so, dass verschiedene weltliche Mächte Maria de Medici die Herrschaft antragen, sondern es ist genauso der ganze Götterhimmel, der hier dargestellt ist. Deswegen wählt Rubens tatsächlich das Querformat. Und das Entscheidende ist auch hier wieder, dass Jupiter eine ganz entscheidende Rolle spielt. Sie sehen ihn in der linken Bildhälfte, neben ihm wieder seine Ehefrau, nämlich Juno. Und beide schirren zwei Tauben oder stellen zwei Tauben unter einen Joch. Und diese Tauben sind auf einer Weltkugel zu sehen. Und diese Weltkugel ist mit zwei Symbolen geschmückt, nämlich zum einen mit der Lilie der Bourbonen und zum anderen mit dem Adler der Habsburger. Das heißt, das eigentliche politische Ziel, was Maria de Medici die ganze Zeit verfolgen wird, und das ist der Hintergrund dieser ganzen Spannungen, die sie mit ihrem Sohn hat und die auch der Grund für diesen Zyklus am Ende sind, der basiert darauf, dass Maria de Medici eine Verbindung Frankreichs mit den Habsburgern sucht. Und das kann man durchaus biografisch begründen, denn sie ist ja tatsächlich die Tochter einer Habsburgerin. Und man muss sich immer auch vorstellen, dass Rubens in Diensten der spanischen Habsburger war. Und das dürfte auch ein Grund sein, zum einen, warum Maria de Medici Medici Rubens als Baler dieses Zyklus ausgewählt hat, neben seinen ganzen unbestrittenen künstlerischen Fähigkeiten. Und Rubens wiederum diesen Auftrag gerne angenommen hat, denn Sie wissen ja, er ist Hofmaler der spanischen Erzherzöge, der Stadthalter Spaniens in den Niederlanden gewesen. Das heißt, er hat da tatsächlich für seine Auftraggeber auch im Sinne, also in gewisser Weise etwas Gutes getan, indem er diese Allianz zwischen Frankreich und Spanien, die Maria de Medici verfolgt hat, eben verstärkt hat. Interessant ist, und das zeigt auch das wunderbare Vermögen von Rubens, auch mit Schwierigkeiten umzugehen. Denn man könnte als Maler natürlich an einer Stelle hier verzweifeln, denn das Bildfeld ist in der Galerie kein Ungestörtes, sondern da ist eine Tür zu sehen. Und wenn wir uns jetzt nochmal den Stadtplan bzw. den Plan der Galerie und den Palais du Luxembourg anschauen, sehen Sie, dass tatsächlich an der Stelle eine Tür ist. Die Tür erlaubt den Zugang zu einer Terrasse, die Terrasse an dem Hofportal, wo sozusagen man nach draußen gehen konnte. Und es ist natürlich überhaupt kein Gedanke, dass man das zumauert und man ein Bild darüber hängt. Natürlich muss dieser Durchgang offen bleiben. Eine Terrasse ist ja auch immer ein Ort der Repräsentation. Und was macht Rubens? Er baut den Türsturz in sein Bild einfach als Sitzgelegenheit ein. Und für diejenigen, die die Weltkugel noch nicht gesehen haben, ein kleiner Tipp. Das ist tatsächlich neben dem Grundriss zu sehen. Neben dem Grundriss links ist eben die Weltkugel und dahinter Jupiter und Juno, die eben die beiden Täubchen unter ein Joch schirren. So, jetzt haben wir den Götterrad und jetzt marschieren wir sozusagen die Taten Maria de Medicis ab. Ab jetzt erscheint sie eben wirklich als Herrscherin, als politisch aktive Person. Und das setzt direkt mit einem ganz triumphalen Bild ein, denn wir sehen Maria de Medici jetzt in einer Hose als Reiterin. Es ist quasi ein Reiterbildnis, was wir hier sehen. Und zwar nimmt sie den Faden auf, den Heinrich IV. durch das Attentat hat fallen lassen müssen. Denn seine Intention war ja in den Jülich-Klevischen Erbfolgekrieg einzugreifen. Jülich-Klewe sagt vielleicht nicht allen etwas, das liegt am Niederrhein, also ziemlich dicht an der Grenze zu den Niederlanden und damit strategisch ein ganz wichtiger Teil. Und die Schlacht um Jülich, eine der Residenzstädte dort, war eine ganz wesentliche Schlacht, die am Ende für die protestantische Seite positiv ausgegangen ist. Denn die Protestanten, die eben in Jülichberg saßen, da war die Erblinie ausgestorben und es sollte natürlich zur protestantischen Linie kommen. Wohingegen aber Habsburg, von der katholischen Seite unterstützt, diese Gebiete auch haben wollte, weil sie sich so eng mit den Niederlanden verbunden haben, die eben teilweise unter spanischer Herrschaft waren. Und Heinrich IV., der der Geburt nach ein Huguenotte war, also Protestant war, hat an diesem Punkt noch mal, obwohl er zwischenzeitlich schon zum König geworden ist. Er hat 1593 das Amt des Königs übernommen. Nein, Entschuldigung, 1593 ist er zum Protestantismus übergetreten, so rum, zum Katholizismus übergetreten. Mein Gott, das ist etwas wirr. Also zum Katholizismus übergetreten. Aber in diesem Fall, weil es gegen die Habsburger ging, unterstützt er noch mal gegen seinen neuen Glauben eben die protestantische Seite. Die Schlacht geht siegreich aus, aber natürlich war Maria de' Medici niemals in dieser Schlacht anwesend. Und so erscheint sie, weil natürlich trotzdem das Thema der Schlachten ein ganz wesentliches ist, erscheint sie eben in Form dieses Reiterbildnisses vor dem Betrachter. Sie ist wirklich die Triumphierende, die Siegreiche, denn die Schlacht geht ja, wie gesagt, für die französische Seite positiv aus. Und interessant ist, hier muss man sich natürlich auch mit der Frauenrolle beschäftigen. Denn welche Möglichkeit hat eine Frau, eben dieses militärische Feld abzudecken? Es ist ja nicht so richtig naheliegend, dass die Frau ins Schlachtgeschehen eingreift, wie man das bei männlichen Herrschern ganz selbstverständlich beobachten kann. Wir werden auch gleich noch ein sehr schönes Beispiel dafür sehen. Nein, es ist der Moment des Triumphes. Da kann eine Frau dann erscheinen. Und wir sehen sie hier auf einem Schimmel auf dem Betrachter zureitend. Hinter sich hat sie die Fortitudo mit dem Löwen. Und seitlich sieht man tatsächlich die Kulisse von Jülich. Und wenn wir uns das nochmal im Detail betrachten, sehen wir, dass das in der Ölskizze relativ klein und noch rechts ausformuliert zu sehen ist. Im fertigen Gemälde im Louvre sehen wir tatsächlich die Kulisse der Stadt. Und darunter sehen Sie ein zeitgenössisches Foto aus Jülich, also eines dieser Stadttore. Sie sehen also, dass diese Stadtkulisse ziemlich wirklichkeitsnah eingefangen ist. Rubens ist natürlich nicht nach Jülich gereist, sondern hat einen Stich verwendet, um die Stadtkulisse hineinzubringen. Und Sie sehen also tatsächlich, dass das Schlachtgeschehen nur einen ganz kleinen Teil dieses Bildes ausmacht. Viel wichtiger ist die Inszenierung des Triumphes. Das heißt, Maria de' Medici hat über sich auch noch zwei Genien, die von ihrem Ruhm künden. Das eine Farmer mit der Trompete und sie kriegt einen Lorbeerkranz. Das heißt also, sie wird wirklich als diejenige, die diese Schlacht siegreich bestanden hat, gezeigt. Die größte politische Tat, auf die Maria de' Medici unglaublich stolz war und die voll im Sinne ihrer politischen Ausrichtung, im Sinne der Stärkung der Habsburger ist, ist dieses Bild, das zeigt die Verbindung der beiden Prinzessinnen. Das ist sozusagen der Erfolg ihrer Heiratspolitik. Ihr gelingt es nämlich durch Eheschließungen, das Haus der Bourbon in Frankreich mit den spanischen Habsburgern enger zu schließen. Und genau das wird auf diesem Bild gezeigt. Wir sehen die französische Prinzessin, das ist Elisabeth von Bourbon. Sie ist auf der rechten Seite zu sehen und auf der linken Seite die spanische Prinzessin, das ist Anna von Österreich, eher bekannt unter ihrem französischen Namen Anne d'Autriche. Sie sehen jetzt eingeblendet zwei Porträts von Franz Pobus. Auf der linken Seite tatsächlich eben Anne d'Autriche und auf der anderen Seite sehen Sie Elisabeth von Bourbon. Das Porträt von Elisabeth von Bourbon befindet sich übrigens auch in unserer Sammlung, ist selten zu sehen, zeigt aber, welche Schätze wir sonst noch so besitzen. Interessant ist, wie hier die Erzählung auch aufgezogen wird. Wir sehen Elisabeth von Bourbon sozusagen als das aktive Moment. Sie führt nämlich die spanische Prinzessin Franzia zu, die am rechten Bildrand zu sehen ist. Sie wirkt groß und selbstbewusst. Sie wird später Philipp IV. von Spanien heiraten, also den zukünftigen spanischen König, während Anne d'Autriche als Frau von Ludwig XIII., also dem Dauphin, dem französischen König, dem späteren französischen König Ludwig XIII. bestimmt ist. Deswegen wird Anne d'Autriche von der Franzia in Empfang genommen, während die Verkörperung Spaniens, die Hispania, am linken Bildrand, die Elisabeth von Bourbon in Empfang nimmt, und die spanische Prinzessin ganz deutlich in Richtung Frankreich drückt. Und wenn Sie sich anschauen, in welche Farben Hispania gekleidet ist, das ist rot und gelb, so wie Sie es auch von den spanischen Fußballfans kennen oder auch von der allseits präsenten spanischen Flagge, die auch aus Rot und Gold besteht. Das heißt also, hier ist eine klare nationale Bezeichnung. Und wenn Sie sich fragen, wer dieser komische Typ in der linken unteren Bildecke ist, mit diesen verwuschelten Haaren, das Ganze findet auf einem Grenzfluss zwischen Frankreich und Spanien statt, nämlich dem Bidassoa-Fluss, über den ein Ponton gebaut wurde, auf dem sich die beiden Prinzessinnen begegneten und auf dem der Austausch dieser Prinzessinnen tatsächlich stattgefunden hat. Wir wenden uns jetzt dem nächsten Bild zu, und das ist die Flucht, nein Entschuldigung, der Weggang aus Paris. Eine Szene, die einen ganz schwierigen biografischen Moment darstellt. Denn wir sehen Maria de Medici, die gerade aus einem Gebäude heraustritt, umgeben von ihrem Gefolge. Und wir sehen neben ihr eine weiß gekleidete junge Frau, die ein Lamm auf den Arm trägt. Dieses Lamm ist ein sogenanntes Unschuldslamm. Das ist nämlich die Innocentia, die Verkörperung der Unschuld, die sie hier herausführt. Und das Ganze hat einen durchaus dramatischen Hintergrund. Ich sprach ja schon von diesen enormen Querelen zwischen Ludwig dem Dreizehnten und seiner Mutter. Denn Ludwig der Dreizehnte folgte im Grunde genommen der Politik seines Vaters. Denn der Vater ging gegen die Habsburger vor und verfolgte damit eine ganz bestimmte Absicht. Denn es ging darum, sozusagen die Stärke Frankreichs herauszuarbeiten, die hegemoniale Stellung Frankreichs herauszuarbeiten. Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt in der französischen Geschichte, in der wir uns hier befinden. Wir befinden uns hier nämlich wirklich in der Geburt des Absolutismus. Ludwig der Dreizehnte ist der Erste, der sozusagen dafür nach seinem Vater oder in der Nachfolge seines Vaters richtig gesprochen eintritt, nämlich Frankreich zu einer großen, starken, unabhängigen Nation gemacht zu machen, unter der Leitung des Kardinal Richelieu, der diese Position auch stärkt und festigt. Und wenn wir an den Sohn von Ludwig dem Dreizehnten, nenne ich Ludwig den Vierzehnten, denken, den berühmten absolutistischen Herrscher Frankreichs, dann wissen wir wirklich genau, wohin die Reise geht. Und vielleicht nur ein ganz kleines Detail noch mal an Paris-Besucher. Wenn Sie vor der Fassade von Versailles stehen, sehen Sie diesen kleinen Innenhof mit einer etwas traditionellen Architektur. Und das ist das Jagdschloss von Ludwig dem Dreizehnten, dass Ludwig der Vierzehnte, als er die große Ummantelung von Versailles, nämlich die Vollendung des Palastes zu dem heutigen Symbol des Absolutismus, bauen ließ, denn er stehen ließ in diesem Innenhof als sozusagen traditionelles Element, um diese Kontinuität zwischen Vater und Sohn aufzuzeigen. Jetzt gehen wir aber noch mal zurück eben zu den Beginn des 17. Jahrhunderts. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1617. Wie gesagt, der Weggang Maria de Medicis, der den Hintergrund hatte, dass ihre Günstlinge eine massive Schwächung erfahren haben. Denn dahinter war gerade das Ereignis gewesen, die Ermordung ihrer wichtigsten politischen Stütze, ihres wichtigsten politischen Beraters eines Italieners, nämlich Concino Concini, einem Edelmann, der sie eben lange, lange Jahre in ihrer Politik begleitet hat. Und er wird eben von den, Kräften des Sohnes umgebracht. Und das ist natürlich eine ganz starke Schwächung der Position der Königin, die aber wahrscheinlich auch einigermaßen unumgänglich geworden war, weil einfach zwei Herrscher im Raum ist entschieden, einer zu viel. Und das ist eben hier tatsächlich der Fall. Deswegen wird Maria de Medicis in die Verbannung geschickt. Wir sehen am rechten Bildrand die Kutsche, die schon bereitsteht. Und der Dreh, der hier gefunden wird, denn es geht ja eigentlich darum, im ausgeführten Zyklus wieder zu zeigen, alles ist gut, alle vertragen sich. Maria de Medicis versöhnt sich ja zumindest zu dieser Zeit mit ihrem Sohn. Das Ganze wird sozusagen als Unfall dargestellt. Wir sehen nämlich von der Seite kommt Kalumnia, die Verleumdung. Das heißt, das Ganze basiert quasi auf ein Missverständnis, auf einer Verleumdung feindlicher Kräfte. Das heißt, der Konflikt wird weggenommen von Mutter und Sohn und hin eben zu dämonischen Kräften, die hier eben eine fatale Rolle gespielt haben. Und das wird in dieser Szene dargestellt. So historisch war das Ganze ist und so vorsichtig, wie es hier formuliert ist. Hier können Sie sehen, welchen Unwägbarkeiten auch ein so berühmter Maler wie Rubens ausgesetzt war. Denn tatsächlich werden Sie dieses Bild nicht als ausgeführtes Gemälde im Louvre finden, denn diese Szene ist verworfen worden. Stattdessen wurde eine andere Szene relativ kurzfristig gemalt und wir gehen jetzt im nächsten Schritt dahin. Es ist nämlich die Darstellung der glücklichen Regierung, die Sie hier sehen, 1625 entstanden, anders als die anderen Ölskizzen, die um 1622, 2023 entstanden sind, ist die etwas später entstanden. Eben aus dem Grund, weil die vorherige Szene verworfen wurde, einfach nicht weder der Königin noch ihren politischen Beratern wirklich gepasst hat und ersetzt wird sie durch etwas absolut super unkompliziertes und unverfängliches. Sie sehen nämlich eine Allegorie. Sie sehen die Königin als Allegorie der guten Regentschaft. Maria de Medici erscheint als die perfekte Herrscherin. Sie sitzt auf einem Thron. Wie eine Justitia hält sie die Waage der Gerechtigkeit in ihrer Hand. Sie ist also eine gerechte Königin. Sie hat eine gute Ratgeberin, das ist Minerva, die hinter ihrer Schulter erscheint. Dann sehen wir an dem linken Bildrand wieder die Verkörperung Frankreichs, die Franzia, die wieder vom Gott der Zeit, von Kronos, geführt wird auf Maria de Medici hin. Das heißt, es ist ganz klar, all das, was wir hier sehen, ist zum Wohle Frankreichs. Und wie segensreich diese Herrschaft ist, verkörpern die Frauen, die sie am rechten Bildrand sehen. Sie sehen nämlich auf der einen Seite Abundantia. Das ist sozusagen die Verkörperung des Überflusses, die immer mit einem Füllhorn, aus denen die reichen Gaben herausfallen, ausgestattet ist. Und neben ihr ist die Liberalitas, die Freigebigkeit, die großzügig mit ihrer Hand über einige kleine Putten, die darunter stehen, Münzen, Ketten und andere Reichtümer ausschüttet. Es ist also wirklich eine segensreiche, eine reiche, also auch vermögenbringende Herrschaft. Und das alles dient dazu, die negativen Kräfte, die am unteren Bildrand sozusagen als geschlagene kauern, eben zu zeigen, dass die niedergerungen sind. Beispielsweise sehen Sie den Geiz, die Avaritia, die am Boden liegt, in ihrem Arm hält sie noch einen Geldbeutel fest. Und eine der Putten stellt zum Zeichen, dass der Geiz in diesem Königreich besiegt ist, seinen Füßchen auf den Kopf dieser Verkörperung des Geizes. Daneben sehen Sie mit Eselsohren ziemlich groß dargestellte Ignoranz und eben noch ein weiteres Wesen, was eben negative Kräfte darstellt, die im Bild hier anklingen, aber eben tatsächlich nicht mehr wirksam sind, weil Maria de Medici es dank ihrer guten Herrschaft versteht, eben alles Negative von diesem Land fernzuhalten. Wir wechseln jetzt nochmal und gehen jetzt zur Übergabe der Regentschaft. Das ist auch ein ganz wesentlicher Teil des Zyklus, denn tatsächlich wird in diesem Moment die Regentschaft übergeben. Maria de Medici wird dargestellt mit ihrem Sohn in einem Schiff und ganz symbolisch wird in diesem Moment steht sie am Mast und spricht auf ihren Sohn, der die Krone trägt, ein. Und es ist ganz klar, dass jetzt er buchstäblich am Ruder ist. Er hat seine Hand am Ruder des Staatsbootes und am Mast steht aufrecht Franzia als Verkörperung Frankreichs. Und die vier Kardinalstugenden rudern das Staatsschiff, also fortitudo, die Stärke, die Klugheit, die Mäßigkeit und die Gerechtigkeit, das sind die Begriffe, die dieses Land, diese Herrschaft leiten. Und Maria de Medici erscheint in diesem Bild wirklich nur noch in der Rolle der klugen Beraterin. Das heißt, sie nimmt sich hier wieder bescheiden zurück. Es geht nicht mehr um Macht. Wir wissen, dass es anders ist, aber so wird hier getan. Sie tritt als kluge Beraterin ihres Sohnes auf, der ihr aufmerksam zuhört und ihre weisen Ratschläge eben tatsächlich gerne entgegennimmt. Wir wechseln jetzt nochmal den Weg und gehen jetzt zum nächsten Bild. Und das ist eine Szene, die im Zyklus verblieben ist, obwohl sie eigentlich von ihrem Thema her nicht so einen guten Inhalt hat. Denn es ist wieder einmal eine verfängliche Szene. Und zwar wird hier dargestellt die Flucht der Königin aus Blois. In Blois im Königsschloss lebte die Königin in Verbangen und es gelingt ihr tatsächlich eben eine Flucht durch ihren Günstling, den Herzog von Epernon, der ihr dazu verhilft. Und Rubens schildert das Ganze eigentlich durchaus anschaulich. Wenn wir uns das anschauen, wir sehen nämlich am rechten Bildrand einen Leiter, über die sich noch eine der Hofdamen gerade buchstäblich abseilt. Und wir sehen eine erleichterte, bewegte Königin, die sich der Menge der Adeligen zuwendet, ihren Unterstützern zuwendet. Und einer, der Herzog von Epernon, macht einen Kniefall und zeigt damit tatsächlich, dass er seiner Königin huldigt. Und alles spricht von Erleichterung und Befreiung. Und wieder taucht Franz ja auf, die die Königin wegführt. Das Motiv des Irrtums der falschen Entwicklung wird hier nochmal ganz deutlich ausgesprochen. Interessant ist hier wieder das Bild, das letztlich ausgeführte Bild im Louvre zu betrachten. Denn wir sehen da ganz deutlich, dass Rubens dann aufgefordert wurde von dem Beraterin der Königin oder wahrscheinlich auch von der Königin selbst, alle schwierigen Elemente herauszunehmen oder mehr oder weniger unsichtbar zu machen. Das heißt, die Leiter, die wir in der Ölskizze noch relativ genau sehen, ist im ausgeführten Bild absolut an den Rand gedrückt und mehr oder weniger von der Hofdame verdeckt. Und Maria de Medici ist auch nicht mehr so ganz so echauffiert wie in der Ölskizze, sondern sie sehen sie im ausgeführten Gemälde stolz und aufrecht stehen. Also als wäre gar nichts passiert. Das heißt, dieser schwierige Moment, dass sie selbst aus ihrer eigenen Verbannung fliehen muss mit der Hilfe ihrer Unterstützer, wird hier souverän weggespielt. Und das ist einfach die Meisterschaft von Rubens. Deswegen ist der so ein gefragter Maler in den europäischen Königshäusern gewesen. Solche schwierigen Dinge darzustellen, das ist ihm eben tatsächlich gelungen. Und diesen Moment, der eigentlich etwas peinlich ist, wenn man sich vorstellt, dass jemand auf Leitern ein Schloss verlassen muss, so darzustellen, dass es ein souveräner Akt ist, das verlangt wirklich schon Meisterschaft. Wir gehen zum vorletzten Bild des Zyklus. Das ist der Friedensschluss in Angers. Und hier sehen wir auf einmal Maria de Medici ganz stark im Hintergrund. Das ist der augustäische Tempel, also der Friedenstempel. Maria wird von Merkur, dem Gott der Klugheit, geführt. Und wir sehen im Vordergrund die Personifikation der Pax des Friedens in einem weißen Gewand. Ihr liegt eine römische Skulptur zugrunde, ebenso wie diesem bösen, also den Furo, den Zorn verkörpernde Mann, der eine Schlange am Arm trägt. Dahinter verbirgt sich natürlich die berühmte Skulptur des borgiesischen Fechter. Und dass jetzt wirklich sozusagen die Kriegswaffen niedergelegt sind und jetzt auch wirklich ihre Funktion verloren haben, wird am unteren Bildrand geschildert. Sie sehen nämlich einen Berg von Rüstungsteilen, auch ein Schild. Das heißt also, das liegen, die Waffen ruhen, die Waffen schweigen. Nun ist man in einem Moment des Friedens. Der reale Hintergrund des Bildes ist nicht ganz so charmant, wie es hier aussieht, denn tatsächlich hat die Königin nach ihrer Flucht aus Blois wieder Truppen gesammelt und ist wieder gegen den König vorgegangen und wurde bei Angers geschlagen. Also kein besonders glorioser Moment, aber die beiden machen tatsächlich einen Friedensschluss, den sogenannten Frieden von Angoulême, zu dem wir leider keine Ölskizze haben. Deswegen kann ich Ihnen das nicht zeigen. Und dieser Frieden von Angoulême und der Friedensschluss von Angers, die führen sozusagen am Ende dazu, dass die Königin und ihr Sohn wieder zusammenfinden und dass das Abschlussbild des Medici-Zyklus, den wir in der alten Pinakothek in den Ölskizzen zeigen. Wir sehen eine klare diagonale Teilung des Bildes, auch zwei unterschiedliche Farbqualitäten. Der rechte untere Teil ist eher dunkel gehalten. Wir sehen ein fürchterliches Ungetüm, ein Monster, das rücklinks nach hinten stürzt, eine Hydra mit mehreren Köpfen, also in jedem Fall die Verkörperung des Bösen. Und auf der anderen Seite eine helle, lichthaltige Szene. Wir sehen die Königin jetzt nicht mehr in einem modischen Kleid, sondern in einem weißen Gewand von ihrem Sohn, der wie der Sonnengott Apoll erscheint, mit einer roten Scherpe und einem Lorbeerkranz im Haar, der sie nach oben führt. Und wir sehen die göttliche Justiz, die eben einschreitet und dieses böse Wesen mit Hilfe eines Blitzbündels und ihrer Waagschalen der Gerechtigkeit in die Tiefe stößt. Und dahinter ist Providencia zu sehen, die kluge Staatsführung. Das heißt, man entledigt sich all seiner Feinde und erlebt einen positiven Moment. Der reale Hintergrund hinter dieser Szene ist, dass der wichtigste Gegenspieler von Maria de Medici in dieser Zeit gerade gestorben war. Das ist Charles d'Alembert, der Herzog von Lune. Und das war ein ganz wichtiger, wesentlicher Berater von Ludwig XIII. Und dieses Ereignis, so traurig es ist, wird sozusagen als Beiseiteräumen eines letzten Hindernisses, nämlich dieser hier im Bild dargestellten Hydra, gesehen, gedeutet und es steht nichts mehr der Versöhnung von Mutter und Sohn im Wege. Und tatsächlich, real hat es ja eine Versöhnung gegeben. Deswegen ist es Maria de Medici erlaubt, wieder zurück in den Palais de Lussembourg zurückzuziehen. Sie bezieht wieder Quartier und gibt eben 1622 Rubens den Auftrag zu diesem Zyklus, den Rubens auch vollenden wird. Allerdings geht die Geschichte nicht gut aus. Es bleibt bei den Spannungen zwischen Mutter und Sohn. Maria de Medici kann ihren Machtanspruch nicht aufgeben. Sie macht weiter ihre eigene Politik, die aber, wie gesagt, der Politik ihres Sohnes diametral entgegensteht. Und das Ganze endet in der endgültigen Verbannung. 1632 wird Maria de Medici aus Frankreich fortgeschickt. Sie ist dann in Brüssel im Exil. Das heißt, es nimmt kein gutes Ende. Sie wird nie wieder nach Frankreich zurückkehren. Nun stellt sich die Frage, wir wissen, dass der ausgeführte Zyklus mit den Gemälden in Frankreich, in Paris geblieben ist, zwar nicht mehr im Palais de Lussembourg, aber heute im Louvre zu sehen ist. Aber was passiert mit den Ölskizzen? Das führt uns ein bisschen zu der Funktion der Ölskizzen, denn die Ölskizzen waren ein Element der Werkstatt. Denn auf den Ölskizzen wurde ausprobiert, wurde skizziert, wurde probiert, getestet, verworfen, verbessert. Also das macht diese Ölskizzen so unglaublich interessant und deswegen bezeichne ich sie auch immer als den Schatz der alten Pinakothek, weil wir hier Rubens wirklich als Künstler am Werk sehen. Sie können sich vorstellen, diese großen Bilder, da war seine große Werkstatt am Werk, da hatte er viele helfende Hände. Aber den Moment der Idee, des Ingeniums, das was wir ganz am Anfang der Führung in der Geißblattlaube gesehen haben, diese Vorstellungskraft, den Intellekt eine solche komplexe Geschichte zu durchdringen und so zu malen, so zu schildern, dass sie tatsächlich glaubhaft sind, das ist eben die erste künstlerische Leistung von Rubens und in den Ölskizzen zeigt sich die zweite, nämlich dieses planerische Genie, also diese Befähigung, den intellektuellen Gedanken eben auf die Holztafel zu bringen und wie in einer gezeichneten Skizze, nur in diesem Fall mit Pinsel und Farbe, diese Gedanken auf die Holztafel zu bringen. Und das passiert mit einem ganz locker leichten Strich. Also es ist ein Hochgenuss und ich kann Sie nur einladen, in die alte Pinakothek zu kommen und sich das anzuschauen, weil es wirklich faszinierend ist zu sehen, wie Rubens eben hier zu Werke geht, wie sicher sein Pinselstrich ist, wie er Glanzlichter setzt und ganz genau weiß, was er tut. Also hier erleben Sie wirklich den echten, den wahren Rubens. Diese Ölskizzen verblieben in der Werkstatt, waren weiterhin Anschauungsmaterial, auch Dokumentationsmaterial. Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass sie nach Paris gebracht wurden, um der Königin gezeigt zu werden. Man geht eher davon aus, dass Entwurfszeichnungen gezeigt wurden. Sie verblieben in der Werkstatt, blieben auch nach dem Tod von Rubens da und dann verliert sich erst mal ihre Spur, bis sie tatsächlich in München auftauchen. Und während ich zu einem nächsten Werk gehe, was Ihnen zeigt, wie groß die Werke im Louvre sind, erzähle ich Ihnen von der weiteren Geschichte, wie es eben tatsächlich mit den Medici-Ölskizzen weitergeht. Sie werden nämlich das nächste Mal, sozusagen sind Sie zu sehen, in der grünen Galerie. In der Münchner Residenz, die Sie auch heute besuchen können, die heute auch museal genutzt ist, in der grünen Galerie sehen Sie auch, wie damals zu Max Emanuels Zeiten, eine Galerie. Und die Präsentation des Medici-Zyklus war im Lombri. Das heißt also in dieser Holzvertäfelung, die unter der eigentlichen Wand zu sehen ist. Und Sie sehen jetzt in dem Schema, was jetzt gerade aufgeblendet ist, sehen Sie den Medici-Zyklus durch den Pfeil bezeichnet eben in der unteren Zone. Und das ist auch der Grund, warum die beiden Kopien von der Geburt Marins, von der ich schon erzählt habe und die Sie schon gesehen haben. Und eben der Geburt des Dauphin ergänzt worden, wahrscheinlich, weil man dann eben diese Felder hat. Und gekauft oder erworben hat diesen Zyklus Max Emanuel, den Sie jetzt im Porträt sehen. Und neben ihm sehen Sie zwei Inventare aus München, zwei historische Inventare. Und diese historischen Inventare zeigen Ihnen tatsächlich, wie unser, ja praktisch für unser Bildergedächtnis entstanden ist. So wissen wir, wie diese Bilder verzeichnet wurden, wie sie gesehen wurden, wie sie interpretiert wurden. Hier finden wir frühe Informationen, ob man damals noch wusste, wer der Urheber war oder ob es andere Zuschreibungen gab. Es ist immer eine ziemliche Mühe, sich durch diese Schriften zu kämpfen. Aber es ist natürlich trotzdem ein großer Erkenntnisgewinn. Und Sie sehen Max Emanuel, der wahrscheinlich während seiner Zeit als Stadthalter in den Niederlanden, während seiner Tätigkeit in Brüssel, wo er einige Zeit gelebt hat, eben sehr, sehr viele flämische Werke erworben hat und möglicherweise eben auch damals den Medici-Zyklus. So, und jetzt kommen wir zu Heinrich IV. und die Schlacht bei Ark. Das ist ein Gemälde, das sich im kleinen Rubenssaal befindet. Und hier haben wir uns überlegt, hier können wir Ihnen tatsächlich vermitteln, wie groß die Bilder im Medici-Zyklus sind. Denn dieses Bild ist Teil eines wirklich unvollendet gebliebenen Zyklus. Sie erinnern sich vielleicht noch an das Palais du Lussembourg mit den beiden Flügeln, der Westflügel mit dem Zyklus der Maria de' Medici und der Ostflügel, der von Maria de' Medici für ihren Mann eingerichtet wurde. Das war der zweite Auftrag, der an Rubens ging, nämlich der Wunsch, das Leben ihres verstorbenen Mannes, eben in entsprechenden Szenen zu würdigen, zu feiern. Und das Bild, was wir hier in der alten Pinnakothek zeigen mit der Schlacht bei Ark, ist eben eines der wenigen fast fertiggestellten Werke aus diesem Zyklus, der nicht zu Ende geführt wurde, weil Maria de' Medici ja in die Verbannung ging. Aber Sie sehen ein großes, opulentes Format hier. Und das, was wir uns eben schon klargemacht haben, als wir uns den Triumph von Jülich angeschaut haben mit Maria de' Medici, die Schwierigkeit als Frau im militärischen Geschehen dargestellt zu werden, die stellt sich für einen Mann tatsächlich nicht. Wir haben ein klassisches Historienbild. Sie sehen Heinrich IV. im Vordergrund auf dem Pferd sitzen. Er trägt um sich eine weiße Scherpe, weil er da noch als Führer der Hugenotten auftritt in dieser Schlacht, die 1589 stattgefunden hat, in der Nähe von Jett. Und hier werden zur Steigerung des historischen Gehaltes auch noch zwei Male zusammengespannt, nämlich auf der einen Seite Rubens und auf der anderen Seite ein hochspezialisierter Maler für Schlachten, nämlich Peter Snyers, der malt die obere Bildhälfte. Und dort sehen wir das Schlachtgeschehen tatsächlich eben ausgeführt, sehr genau auch mit den historischen Kulissen, mit den Schlachtszenen. Und im unteren Teil sehen wir eben den Anteil von Rubens, aber eben tatsächlich unvollendet. Und wenn ich Ihren Blick lenken darf auf die Gruppe der Soldaten, die man am linken Bildrand sieht, da sehen Sie auch diese Umrisslinien so ähnlich, wie Sie es in der Skizze sehen, nur halt jetzt hier in einem ganz, ganz großen Format. Also wunderbar. An dieser Stelle kann man tatsächlich Rubens arbeiten sehen, in der ersten Anlage, in der ersten Formulierung und Umsetzung eben auf die gemalte Leinwand, also der Schritt von der Skizze hin zum demnächst ausgeführten Bild. Und wenn wir uns jetzt noch als weiteres Detail anschauen, sehen wir Heinrich IV. mit seiner weißen Scherpe. Und wenn Sie sich auf die Glanzlichter konzentrieren, auf die Helligkeiten im Bild, dann sehen Sie da tatsächlich eben auch genau die Präzision, das genaue Setzen des Pinselstriches, wie wir es im kleinen Format auch in der Ölskizze haben. Ich kann Ihnen das jetzt alles hier natürlich nur ein bisschen abstrakt schildern. Ich kann Sie nur einladen, in die alte Pinakothek zu kommen, sich die Bilder anzuschauen, sich an den Originalen zu erfreuen, den Pinselstrich zu studieren. Aber ich hoffe, ich habe Ihnen Lust darauf gemacht, uns in München in der alten Pinakothek zu besuchen, sich diesen wunderbaren Zyklus genauer anzuschauen. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und Irene Heimann möchte gerne wissen, für welches Publikum wurden diese Werke ausgestellt? Da es um Machtrechtfertigung ging, haben es Diplomaten und Staatsgäste gesehen oder auch Bürger bei Audienzen oder ähnliches. Also man muss sich das höfische Zeremoniell in der damaligen Zeit als sehr restriktiv vorstellen. Das heißt, den Einbezug des Bürgers, das haben wir eigentlich erst richtig in der Zeit der Aufklärung. Und wenn, war es auch eher nicht so, dass ein Bürger in das höfische Zeremoniell eingebunden wurde, was ja im Palast stattgefunden hat, in spezifischen Räumlichkeiten, sondern dann kam eher der König zum oder der Fürst zum Bürger. Das heißt also, der Weg begab sich dann eben beispielsweise auf dem Weg zur Messe oder so etwas eben nach draußen in den öffentlichen Raum. Das höfische Zeremoniell ist sehr streng. Also so wie wir das aus der Kirche heute noch kennen, wenn wir uns eben an den Ablauf eines Gottesdienstes erinnern, der eben auch seine festgelegten Riten hat, ist das im höfischen Zeremoniell auch nicht anders gewesen. Das heißt, es gab bestimmte Räume, eine Wertigkeit der Räume. Wenn Sie heute noch barocke Schlösser besuchen, also ich denke jetzt beispielsweise, weil es nah an München liegt, an Schleißheim, also eine wunderbare barocke Anlage oder denken Sie an Würzburg, an die Residenz. Es gibt immer unten den Empfangsraum, der relativ dunkel gehalten ist. Dann gibt es eine große Treppenanlage, wo man hochschreiten konnte, wo man gesehen werden konnte, wo man in Empfang genommen wurde. Und dann durchschreitet man noch eine bestimmte Abfolge von Sälen, die alle eine bestimmte spezifische Funktion haben. Und die Funktion ist nicht nur, dass da beispielsweise die Wachen waren oder dass der und der stand. Das war auch wirklich wie die Funktion einer Reuse. Das heißt, es dauerte sehr, sehr lange und es war ein deutlicher Prozess des Aussiebens, bis man wirklich dem Herrscher gegenüber stand. Also so gesehen hat sich tatsächlich der Zyklus eben an Botschafter gerichtet, an Aristokraten, an fürstliche Besucher, an Staatsgäste. Ja, herzlichen Dank, Frau Neumeister. Sie hören eine neue Stimme. Mein Name ist Jochen Meister und ich freue mich, hier heute Abend unterstützen zu dürfen und Ihre Fragen ebenfalls wiederzugeben. Und da wäre eine Frage, die sicher sehr wichtig ist. Es geht um den Einfluss der Auftraggeberin Maria de Medici selbst. Da ist die Frage, ob sie auch auf die endgültige Zyklusgestaltung Einfluss genommen hat, vielleicht sogar im Detail. Wissen wir etwas darüber? Nein, das ist eben leider ein bisschen das Unglück. Anders als in unserer heutigen Zeit, da werden sich künftige Forschergenerationen wirklich freuen, was für ein Riesenmaterial wir durchs Internet allein eben zur Verfügung stellen, haben wir aus der Zeit eben nur ganz, ganz wenige Quellen. Und gerade zu dem Prozess des Entstehens haben wir eben ganz besonders wenige, was wir natürlich enorm bedauern, weil wir im Grunde genommen nur das Bild Königin tatsächlich da noch en Detail Einfluss genommen hat, halte ich für äußerst unwahrscheinlich, zumal die Bilder ja auch in Antwerpen entstanden sind und dann erst nach Paris gebracht wurde. Es ist also nicht so, dass Rubens in Paris sein Atelier sozusagen zeitweise eröffnet hat. Wir sind zum Teil, also wir haben bei den Münchner Bildern ein sehr schönes Beispiel, der eben diesen Prozess tatsächlich in Briefen dokumentiert. Da geht es um die Entstehung des großen, jüngsten Gerichts als ein Auftrag von Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg gewesen. Heute sehen Sie das Bild in der alten Pinnakothek. Die beiden flankierenden Seitenaltäre werden heute in unserer Staatsgalerie in Neuburg präsentiert. Und da geht es tatsächlich eben um diese Fragen, wie man etwas komponenten, also wie die Maße sind des Altares, damit das Bild später auch passgenau reingefügt ist und dass man da tatsächlich nochmal Veränderungen vornimmt, weil das Bildfeld doch viel schmaler ist, als man ursprünglich angenommen hat. Und dann geht es auch um Einzelheiten des Transports, wie das Bild verpackt werden muss. Also solche Sachen, das erfahren wir schon. Aber wie gesagt, es gibt relativ wenige, die tatsächlich den gedanklichen Prozess, also die Diskussion über die Entwicklung einer solchen Komposition eben überliefern. Und dass die Königin sozusagen das Atelier besucht hat, was wir uns natürlich gerne vorstellen, das hat es sicherlich nicht gegeben. Wir sind durch ein paar Besucher im Rubensatelier tatsächlich informiert, wie es in dieser Werkstatt aussah und was da los war. Aber in diesem Fall gibt es keine Zeugnisse. Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Neumeister. Wir haben eine weitere Frage. Wie groß sind denn diese Ölskizzen und wie groß im Verhältnis dazu dann die fertigen Bilder im Lufe? Ja, ich kann es, weil die differieren auch im Maß. Also ich zeige es, glaube ich, besser durch meine Hände. Also das ist ungefähr die Größe der Ölskizzen in der alten Pinakothek. Die Querformate sind ungefähr so groß. Also relativ klein und ganz normales Format. Es gibt da so gewisse Standardisierungen sozusagen bei den Ölskizzen. Die sind immer so ungefähr ähnlich auch in ihrem Format, auch wenn es da Ausreise in alle Richtungen gibt. Aber es gibt so ein gewisses Grundprinzip. Und wenn ich jetzt nach den Maßen gefragt werde, dann muss ich eigentlich fast in die Relie zurückgeben und sehe aber, dass wir gerade keinen Katalog haben, um die Maße nachzuschlagen. Ich habe sie schlicht nicht im Kopf. Ich weiß nicht, Herr Meister, wissen Sie es noch? Ich weiß es leider auch nicht. Es geht um die Maße der Skizzen, die genauen. Und da ist unsere Online-Sammlung sicher eine wunderbare Quelle. Also sammlung.pinakothek.de. Stöbern Sie einfach in der Online-Sammlung und auch die Frage, wie lange die Ausstellung noch läuft, die darf ich gerne beantworten. Das ist ja das Schöne. Sie können hier wirklich, sie gehört zur Sammlungspräsentation, diese Medici-Zyklus, diese Skizzen, diese Ölskizzen des Medici-Zyklus werden Sie jederzeit, wenn die alte Pinakothek geöffnet hat, hier bei uns ganz ausführlich im Original betrachten. Es wird auch noch mal gefragt, wie die Pinakothek an die Ölskizzen kam. Sie haben ja schon die grünen Zimmer erwähnt. Vielleicht noch mal zur Präzision und zur zum Transfer in die Pinakothek kam. Ja, das hat tatsächlich mit der Gründung der alten Pinakothek 1836 zu tun. Ludwig I. war ja sozusagen der Antreiber, der noch eben als Thronfolger die Idee seiner Pinakothek, die ja erst später den Namen Alte Pinakothek erhalten hat, vorantrieb. Ab 1826, als er noch gar nicht an der Macht war. 1836 wird die Alte Pinakothek, diese wunderbare Architektur von Leo von Klenze eröffnet. Und das ist der Moment, wo tatsächlich ja wirklich eigentlich eine Musealisierung einer fürstlichen Sammlung stattfindet. Ein bisschen vorher schon, denn fürs Publikum geöffnet hat die Sammlung Karl Theodor, Kurfürst Karl Theodor, der damals noch in Mannheim seine Residenz hat. Sie wissen ja, die Familie Wittelsbach gliedert sich in unterschiedliche Zweige auf. Gott sei Dank gab es ein Ertschaftsgesetz. Immer dann, wenn ein Zweig ausstarb, fiel der Besitz an die kurbayerische Linie. Das heißt, am Ende sammelte sich tatsächlich das alles in München. Und Karl Theodor war der Erste, der erste Mannheim, aber dann tatsächlich in München in der sogenannten Hofgartengalerie die fürstlichen Bestände für das Publikum eröffnet hat, ganz im Gedanken der Aufklärung. Auch der Englische Garten in München, die beliebte grüne Oase, die geht auch auf Karl Theodor zurück. Also tatsächlich die Zugänglichmachung dieser Schätze eben auch für ein breites Publikum. Und von Karl Theodor geht es eben praktisch eben durch die Generationen, dann eben zu Ludwig dem Ersten, der 1836 die alte Pinnakothek eröffnet. Und da gehörte eben der medische Zyklus auch zu dem Bestand, der von Anfang an ausgestellt war. Ja, herzlichen Dank. Wir haben eine weitere Frage von Michaela Caligari. Gibt es ähnliche Beispiele eines solchen Zyklus bei anderen Königsfamilien in Europa? Oh, das ist natürlich eine Frage, die ich jetzt gar nicht so schnell beantworten kann. Also mir kommt beispielsweise von Primaticcio für die Galerie von Fontainebleau ein Zyklus, aber der ist meines Wissens nicht so an Herrschaft gebunden. Also natürlich gibt es immer wieder solche Zyklen, die historische Szenen aneinanderreihen. Das gibt es auch vorher schon. Aber es ist tatsächlich so, dass sich bei Rubens in der Zeit dann doch sehr viel konzentriert und er wirklich sozusagen der Maler ist, der so etwas dann ausgestaltet. Und der medische Zyklus ist eben aufgrund seiner komplexen historischen Hintergründe und der Schwierigkeit der Geschichte, die es zu erzählen gab, also an der Wirklichkeit dran, aber trotzdem nicht in ihren negativen Seiten zu präsent. Das war natürlich ein Fingerspitzen-Thema. Und Rubens hat das eben wirklich ganz besonders einprägsam und überwältigend ins Bild gesetzt. Ich kann Ihnen jetzt aus dem Stand, Sie müssen entschuldigen, ich fühle mich so ein bisschen wie nach einem Marathonlauf nach einer Führung. Ich habe jetzt nicht die Ruhe, wirklich in mich zu gehen und nach anderen Beispielen zu suchen. Entschuldigung. Vielen Dank. Und genau das macht ja auch das Faszinierende aus, denke ich. Zum einen das Einzigartige und zum anderen, aber eben auch Vergleiche zu suchen. Und ich merke schon, wie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in diese Welt versuchen einzutauchen. Und so ist auch die nächste Frage, die ich sehr spannend finde, nämlich inwiefern Peter Paul Rubens denn die realen Personen wirklich zu Gesicht bekam. Also hat er die auch realitätsnah dargestellt? Hat er sie porträtiert sozusagen? Was wissen wir darüber, über seinen Kontakt zu den Dargestellten? Also ich denke, also mit Heinrich IV. weiß ich nicht genau, ob die sich persönlich getroffen haben. Ist eigentlich unwahrscheinlich, weil Rubens war ja zu Heinrichs Lebzeiten, also als aktiver Künstler von 1598 bis 1608. Also 1598 beginnt er mit seiner Karriere plus, minus, geht 1600 nach Italien, bleibt in Italien bis 1608. Und Heinrich IV. stirbt 1610. Meines Wissens war Rubens in der Zwischenzeit nicht in Frankreich. Also er dürfte Heinrich IV. gar nicht kennengelernt haben. Kennengelernt hat er, und das habe ich ja anhand des Selbstbildnisses in dem Hochzeitsbild gezeigt, tatsächlich Maria de Medici. Aber was heißt kennen? Also da gab es eine Porträtsitzung. Das muss man sich, glaube ich, sehr knapp und kurz vorstellen. Und Rubens hat in dieser Porträtssitzung eben drei, vier Zeichnungen der Königin angefertigt, in verschiedenen Winkeln, sodass er eben verschiedene, ja, Blickrichtungen auf das Gesicht, also Profil, Dreiviertelprofil, frontal hatte. Er hat das Porträt gemalt von ihr, das Imprado, was ich eingangs gezeigt habe. Also er hat die Königin schon häufiger, also schon gesehen. Aber er hat sie sicherlich nicht ganz intensiv studieren können. Also die Vorstellung, was Tizia mit Karl V. ja erlebt hat, was sozusagen das Prägebild, dass, ja, er ist da in gewisser Weise ein Role Model für alle weiteren Künstler, der ja wirklich ein enges Verhältnis zu Kaiser Karl V. aufgebaut hat, das sich ja bis in diese Anekdote hineinspielt, dass der Kaiser einen heruntergefallenen Pinsel wieder aufgehoben hat, was eigentlich undenkbar ist. Also diese Intensität wird eigentlich selten erreicht. Meistens muss man sich solche Begegnungen, glaube ich, sehr, sehr kurz vorstellen, sehr knapp. Es ist auch so, dass natürlich eine Herrscherpersönlichkeit nicht auf dem Thron saß, während die letzte Falte des Hermelins gemalt wurde, sondern da ging es wirklich darum, das Bild anzulegen, weitestgehend fertig zu machen. Und dann wurde es dann tatsächlich noch ein bisschen feiner gemalt. Also diese Berührungspunkte sind sehr, sehr sicher, sehr, sehr klein gewesen. Und wenn man sich die Porträts von Purbus, den Rubens ja tatsächlich gekannt hat, also da dürfte vielleicht ein Kontakt schon gewesen sein, dass er gesagt hat, ja, der ist so und so. Aber auch die sind ja auch ein bisschen seriell. Also ich finde, das ist schon ein schwieriger Moment, sich wirklich vorzustellen, wenn man eben in Paris, im Louvre steht, ganz hieb- und stichfest zu sagen, ja, genau so sah Maria de Medici aus. Ich denke zum Beispiel immer, die wird ja mit blonden Haaren gezeigt. Hatte sie realblonde Haare oder gab es da Perücken, die eben aufgezogen wurden? Wir wissen es nicht. Ja, herzlichen Dank. Wir kommen schon zur vorletzten Frage heute Abend. Wie sieht es denn mit den Finanzen aus? Wer hat denn die Werke bezahlt und ist bekannt, wie viele, wie viel Geld dafür bezahlt werden musste? Möchte Frau Zech wissen? Ja, wieder so eine ganz furchtbare Frage. Da bin ich einfach nicht sicher im Sattel. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also das ist natürlich aus der Schatulle der Königin finanziert worden, weil es ihr Auftrag gewesen ist. Aber ich weiß nicht genau, ob die Summe feststeht. Ich müsste es nachlesen. Das kann ich Ihnen hier aus dem Stand nicht beantworten. Tut mir leid. Ja, wir kommen zur letzten Frage. Ich möchte auch erwähnen, wie viel Lob es hier schon, obwohl es eigentlich um die Fragen geht, sammelt sich hier das Lob und das freut uns natürlich ganz, ganz besonders. Ich würde vielleicht zum Schluss noch mal, weil wir ja mit dem unvollendeten Heinrichsbild das so ein bisschen angeschnitten haben, gerne die Frage noch mal nach dem Werkstattbetrieb aufgreifen. Ich glaube, wir einfach noch ein paar Sätze zur Werkstatt, zur Organisation der Werkstatt, der Zusammenarbeit mit den Spezialisten. Wir haben ja hier in der Alten Pinnakothek auch andere Beispiele dafür, wo wir da einfach abschließend noch ein paar Sätze sagen. All denen, deren Fragen jetzt wir nicht mehr aufgreifen können, bitte ich jetzt schon mal um Nachsicht. Aber das war wirklich ein Marathon und ein ziemlich, ein ziemlicher Ritt mit diesen, ich glaube, 16 haben wir, oder? Genau. 16. Und das war auch eine Frage, wie viel haben wir denn eigentlich? 16. Genau. Und im Louvre kam auch noch eine Frage, ob die auch auf Holz sind. Nee, Leinwand. Das sind Leinwandbilder. Das sind Leinwandbilder. Das sind Leinwandbilder, um das einfach noch abschließen. Aber vielleicht noch abschließende Worte, weil es ja immer wieder gefragt wird, was wissen wir über Rubens Werkstatt in Antwerpen? Ja, also das Tolle ist, Sie können Rubens Werkstatt ja bis heute besuchen, wenn Sie in Antwerpen das Rubenshaus, das im Moment wegen einer Renovierung leider einige Zeit geschlossen ist. Aber normalerweise können Sie das ja tatsächlich besuchen und Sie erleben da wirklich ein für die Maßstäbe der damaligen Zeit überwältigendes Raumerlebnis, denn es ist wirklich ein Haus für die Malerei. Also es ist wirklich, ich bin jedes Mal sehr berührt, wenn ich da bin, weil es eben wirklich riesengroß ist und man merkt, dass da große Bilder entstanden sind. Und ich stelle mir immer unser großes, jüngstes Gericht vor, wie das da wahrscheinlich auf der Leinwandrolle aufgewickelt und dann eben nach und nach eben hochgezogen wurde mit großen Gerüsten, damit man eben in jede Ecke des Bildes kam. Das muss wirklich schon faszinierend gewesen sein für die Zeitgenossen. Und ein solches Atelier bündelt ja auch verschiedene Arbeitsschritte. Es ist ja nicht so, dass Sie sozusagen wie am Fließband erst das eine Bild malen, dann das nächste und das nächste und das nächste, sondern zwischenzeitlich in Trockenzeiten zu beachten. Dann gibt es ja in jedem Bild Durststrecken, gerade bei diesen Großformaten. Also ich meine, ein Kleid zu malen in seinen Stickereien und sowas, das haben natürlich dann Gehilfen gemacht. Und dann musste zwischendurch getrocknet werden, bis dann wieder der nächste eine Farbe draufsetzen konnte. Das heißt, man arbeitete parallel an verschiedenen Aufträgen. Da stand wahrscheinlich wahnsinnig viel rum. Dann gab es dann Kundschaft, die ihre Sachen abgeholt haben. Also man muss sich, glaube ich, einen ziemlich wilden Betrieb, aber bestens organisiert vorstellen. Und diese Frage der Zusammenarbeit, das ist natürlich wirklich eine ganz aufregende Frage, weil wir ja durch das 19. Jahrhundert sehr stark immer noch die Vorstellung des Genies haben. Und das darf man im 17. Jahrhundert gar nicht so anwenden. Ich meine, für mich natürlich ist Rubens irgendwo ein Genie. Und ich meine, es ist faszinierend, was er leisten konnte. Und ich hoffe, ich habe Ihnen das heute Abend vermitteln können. Aber Rubens war eben auch Unternehmer. Also dieses Atelier ist nicht nur so eine Künstlerklause, wo er seinen Ideen und Gedanken nachhing, sondern das ist ein Wirtschaftsbetrieb. Da wollten Lehrlinge ausgebildet werden. Der konnte sich natürlich vor dem Ansturm kaum erwehren, weil so viele bei ihm Schüler sein wollten. Da ging es hin und her. Da gab es Besuche. Und dadurch, dass Rubens ja auch sehr bald eine politische Rolle übernommen hat, er war ja quasi eine Art Botschafter, eine Art Sonderbotschafter, kann man fast sagen, weil er natürlich durch seine Aufträge auch immer eine gewisse Nähe eben zu königlichen, fürstlichen Beratern hatte oder eben auch zu der Herrscherpersönlichkeit selbst, ist es sicherlich so, dass man sich das als ziemlich wildes Gewusel einfach vorstellen muss. Und diese künstlerische Zusammenarbeit, das ist eben ein ganz interessantes Thema. Und hier komme ich noch mal zu diesem sogenannten Genie-Aspekt. Wir sind ja immer auf der Jagd nach dem Original, weswegen ich Ihnen natürlich den medischen Zyklus ans Herz lege, weil der ist Original. Aber die damalige Zeit wusste natürlich ganz genau, wie viel Rubens tatsächlich da war. Also die sind nicht in die Medici-Galerie gegangen und haben gesagt, oh wow, alles von A bis Z von Rubens. Das war klar, das ist Werkstatt mit Rubens. Und Rubens geht ja ganz offen auch damit um. Es gibt einen Brief, in der sogar die Summen nennt, wie viel es kostet, möglichst viel von Rubens eigener Hand zu haben. Da gibt es richtige Preisstufen. Also je mehr Rubens, desto teurer. Und deswegen ist natürlich der Aspekt der Zusammenarbeit für unser modernes Genie-Denken erstmal was Verstörendes, weil wir Künstler sein ja als etwas Subjektives erleben. Da kommen aber tatsächlich die Könner, die Größen ihres Fachs zusammen. Und bei Snayers und Rubens mag es noch nicht so ganz so eklatant sein. Da ist es so, dass praktisch ein Fachmann an die Leinwand geholt wird, weil Peter Snayers tatsächlich eben überwiegend Schlachtenbilder gemalt hat und da einfach was drauf hatte, sowas historisch korrekt und trotzdem malerisch überzeugend eben ins Bild zu setzen. Aber viel aufregender wird es natürlich auch, wenn Rubens mit anderen Künstlern, die ein ganz persönliches Standing haben, wie beispielsweise Jan Bruegel, der Ältere zusammenarbeitet. Jan Bruegel, der Ältere. Wir haben die, man kann sagen, die größte Sammlung der Welt bei uns in der alten Pinnakothek hängt den Kabinetten. Das sind normalerweise so kleine Kabinettbildformate. Und Jan Bruegel hat mit Rubens zusammengearbeitet, beispielsweise bei unserer Blumenkranz-Madonna. Das ist ein wirklich großes, großes Bild. Und da hat Bruegel auf einmal im großen Maßstab gemalt und zwar den Blumenkranz. Und wenn man das sieht, auch das müssen Sie sich im Original anschauen, wie das zusammengeht, wie wirklich zwei Größen Ihres Fachs wirklich zusammenarbeiten und wie die auch wechseln. Also wie zum Beispiel, also Rubens beginnt mit der Komposition, dann kommt der Blumenkranz rein und das wird dann eben verschliffen, sodass das wirklich so aussieht, als würden die Putti in den Blumenkranz hineingreifen, obwohl der später gemalt ist. Das ist allerhöchste Könnerschaft. Und das ist von den Zeitgenossen absolut gewürdigt worden. Das war sozusagen das Allerallerbeste. Das ist eigentlich so, wie heute Architektur funktioniert, wo eben tatsächlich ein Architekt mit dem berühmten Innendesigner zusammenarbeitet und herauskommt eben so wirklich ein Komplettpaket der Befähigung. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und wenn Sie sich das anschauen möchten, kann ich jetzt schon ein bisschen Werbung machen. Wir werden im nächsten Jahr ab Juli ein All Eyes On auf die Blumenkranz Madonna von Rubens und Bruegel haben und werden da etwas vertiefend zeigen, wie diese Zusammenarbeit funktioniert hat. Und das gibt einen ganz spannenden Einblick eben in diese Werkprozesse. Also freuen Sie sich auch darauf.